Das wäre halt eine Ansage. Black Friday ist, wir müssen natürlich shoppen. Wir haben uns da einiges geholt. Sehr, sehr spannende Sache und haben in kürzester Zeit Geld ausgegeben. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so schnell geht. Für all jene, die aber noch auf der Suche sind nach einem nicen Deal, es ist soweit. Wir haben den Friends and Family Hoodie released. Der ist jetzt gerade für euch erwerblich auf memviener.com. Also schaut auf alle Fälle rein. Keine Ahnung, wie viel da ist. Eigentlich sind wir unlimitiert, aber sollte das ganz extrem eskalieren, kann sein, dass die Seite früher down geht. Das ist die Vorbestellung. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen, liebe Leute, außer nochmal zu sagen, vielen lieben Dank für den unfassbaren Support. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Marke so krass abgeht mit dieser Kollektion. Deswegen großes Dankeschön an euch und jetzt viel Spaß mit dem Shopping Stream. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal ein bisschen was shoppen. Black Friday ist, da kann man einige gute Deals abschauben und wie ihr wisst, habe ich ja schon mal einen Shopping Blog gemacht bei Rare Fashion in München. Die haben aber jetzt schon einen Online Shop und da haben die irgendwie ihren ganzen Stock, den sie im Shop haben, allerdings auch im Online Shop. Und da ich weiß, dass Philipp einige neue Sachen reinbekommen hat, möchte ich natürlich da auch meinen Black Friday Deal machen. Ich habe hier die Seite offen auf, keine Ahnung, rare-fashion oder so, Punkt E, kriegt man die Dinge. Und wir werden schauen und ein bisschen stöbern. Ich habe jetzt mir ein Limit von 2000 Euro gesetzt, also mehr möchte ich wirklich nicht ausgeben. Fangen, womit fangen wir an? Fangen wir an mit Schuhen? Das wäre doch mal eine Idee, oder? So, Schuhe shoppen. Ich hätte ja, ich hätte auf ein paar Schuhe Bock, aber ich sage ganz ehrlich, momentan habe ich irgendwie fast alle Schuhe, die ich gerne hätte. Aber man kann ja schauen, man kann ja mal ein bisschen stöbern. Okay. Leute. Biest. Den hatte er aber letzte Woche noch nicht drin. Das ist der neue Sakai. Den würde ich natürlich auch extrem feiern, aber 1200, Freunde, da können wir noch ein Label kaufen. Dann sind wir durch. Aber 94 wäre ein krasser Deal. 42,5. Ich habe eigentlich 43, aber was meint ihr? Ich habe die Sakai, die Ersten. Das ist ein 43er, aber da würde sich noch ein bisschen Platz ausgehen. Du hast bei Sakai eine halbe Größe. Größer? Wirklich? Ja, dann in den Warenkorb. Safe Call. Aber sowas von, da muss ich nicht lange überlegen, die wollte ich unbedingt haben. Ja, 4er Jordan wäre eine gemeine. Ich habe den jetzt mal in den Warenkorb gelegt. Wir können ja nachher immer noch aussortieren. Hätte ich Bock drauf auf den, aber da finde ich den noch nicer, weil jeder rennt mit dem herum, mit dem aber nicht. Und ich finde den irgendwie cooler noch. Was gibt es da noch so alles? Die fand ich auch nice, aber die sind mir schon zu schlicht. Deren Hellbläu ist auch ganz nice. 1er Jordan kannst mich jaacken. Gar nicht mein Ding. Sag ich eh immer wieder. Das passt mir einfach nicht. Den fand ich auch ganz cool, aber das ist mir zu sehr auf, wie heißt dieses Krümelmonster? I don't know. Nicht so wirklich meins. Die wären auch nice. Die Louis Vuitton X Kanye West, die wären krass, die fand ich immer nice. Aber ja, ist jetzt Black Friday die mit 2000 Euro? Okay, nein. Die finde ich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimmes Ding. Ich frage mich, wer das anzieht. Die fände ich auch eigentlich noch nice, aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Von denen kamen ja erst vor kurzem von Nike direkt welche raus. Einfach Kylie Jenner rennt mit denen herum. Scheinbar dürfte es Travis Scott nicht stören, dass die jetzt so ein ähnliches Modell rausgebracht haben. Oder er verdient dran. Yeezy ist vorbei. Der Schuh hat mir noch nie gefallen. Ja, auf Justin angelehnt. Könnten wir den noch holen, oder? Sieg's nicht. Okay, äh, ja, was haben wir da noch so? Eh, die Schuhe, die es vor Ort auch gab. Gut. Schauen wir auf Bekleidung. Ich gehe einfach mal auf alles. Schauen wir, was wir da so haben. Okay, Mason Marcella. Nice. Finde ich nice, die Marke. Aber so dieses Ding ist nicht so wirklich mein Fall. Schauen wir mal. Das finde ich ganz nice. So ein schlichtes Balenciaga-Tee in einem Washed. Wie schauen wir da aus? Ist auch reduziert. Statt 350, 392. Ja, M. Gibt's nur mal M. Amiri-Sweater. Ja. Ja, könnte man machen. 5,29. Der Fit ist ja auch ganz nice. Wir haben so mal ähnlich mal bestellt. Aber XL ist mir zu groß. Das weiß ich, weil ich hatte den L und der hat perfekt gepasst. Also der XL ist mir zu groß. Dadurch, dass das reduzierte Ware ist, haben die natürlich nicht von allem alles. Eh, klar. Balenciaga-Hoodie auf schlicht. Hm. Könnte man auch mal wieder so ein Balenciaga. Den brauche ich in L. Oder M wird, glaube ich, bei dem sogar. Ich weiß nicht, wie der geschnitten ist. Manche sind so ein bisschen enger geschnitten. Ja, Off-White, nah. Habe ich nicht Bock. Essentials fahren jetzt viele wieder. Aber habe ich 2016 gemacht, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf. Der ist wild, soll noch... Aber 2500 Euro, Leute, da können wir gleich direkt aufhören. Das, what the fuck, auf Ghostbusters angelehnt. Habe ich nicht so Lust. Das wäre nice. Also dieses Balenciaga-Title, das fand ich schon letztes Jahr nice. Tippt sogar in einer L. Naja, fügen wir mal den Warenkorb hinzu. Wir können ja nachher schon mal schauen. Das wäre nice. So auf ganz schlicht, einfach nur Amiri Los Angeles. Das finde ich cool. Also da wäre ich voll der... Oha, 269 Euro. Schnäppchen. Schnäppchen, Leute. Gibt es sogar noch in L. Ist auch so dünn. Ich mag das bei Amiri, mag ich das eigentlich. Mir ist das im Prinzip auch wurscht. Aber das in L. Da haben wir es mal in den Warenkorb. Fear of God Essentials Reflective Puffer Check. Na, ich habe jetzt so viele Jacken gekauft. Wäre betrieben. Gucci, das spricht mich an. Das finde ich nice. Ich mag den Colorway. Und den Schnitt, der ist eigentlich auch ganz nice. Ich schau mal rein, weil 269 kostet eigentlich 450. Ja, okay. Es, vergiss. Ja, das feiere ich nicht so. Ich feiere das auch nicht so. Das ist immer zu bunt. Und der Dings da hinten zerstellt. Den habe ich gar nicht gesehen. 900, 929. Statt 950. Da sparen wir 21 Euro, Leute. Ja, aber den hast du fix nicht in meiner Größe von ihm. L, geleck mich. Das wäre halt eine Ansage. Den um 929 Euro zu kaufen. 10 von 10. Fuck, Leute. Das wäre halt wild. Vor allem in diesem Blau. 13 von 10, Chat eskaliert. Aber Freunde, 929, das ist die Hälfte vom Geld weg. 11 von 10, Chat eskaliert. Chat sagt ja. Ich hau ihn mal. Es gibt halt nur mal dieses L. Also ich hau das mal schnell in den Warenkorb. Wir können dann immer noch sagen nein. Fuck, aber das wäre krass. Einfach mal Pullover kaufen für knapp 1000 Euro, oder? Leute, 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 Leute. Es eskaliert jetzt schon wieder. Off-White Rotterdam. Das fand ich eigentlich ganz cool. XS Vergiss. Givenchy Nope. Da bin ich out. Den fand ich ganz cool. Der passt mir nicht. Den habe ich vor Ort probiert. Den finde ich aber Bombe. Der hat damals, glaube ich, knapp 1000 Euro gekostet. Jetzt gibt es den für 900. Okay. Das kannst du halt gar nicht mehr anziehen. Das würde ich mir auch niemals für 1900 Euro kaufen. Strickhudi aus der letzten Saison. Ja, na. Ich hätte schon Bock auf Strick so. Keine Angst vor dem Strick. Aber, ja, von der letzten Saison nicht so wirklich Lust. Den habe ich schon. Also, der Sweater ist wirklich nice. Den kann ich schwerstens empfehlen. 569 KD habe ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen günstiger bekommen. Das gibt es für 229 Euro. Ja, aber brauche ich nicht unbedingt. Das Galaxy T, das habe ich nicht mehr. Von dem habe ich mich getrennt. Aber das war ein wildes Ding. Das war echt eins meiner allerersten Off-White Pieces. Das fand ich mega, mega nice. Root mit den Steinen finde ich cool. Aber ich mag den Fit nicht, weil das viel zu lange ist. Und weil ich finde, dass diese Steine zu weit oben sind. So ein bisschen mittig, aber nice gewesen. Gucci, Givenchy, ja, safe oder? Den ganzen Anzug am besten. Schlichter Amiri-Hoodie. Nachdem ich den Sweater extrem feiere, wäre das auch mal so eine Überlegung wert. Chat, was meinst du hier? So auf schlicht einfach mal. Muss ich dir mal das ausgeben? Ja, gibt es nur mein S, vergiss. V-Lon Friends T-Shirt. Ja, ich habe nicht so Bock, auch wenn das jetzt wieder krass gehypt wird. Ich habe nicht so Bock auf V-Lon. Das ist einfach nur dieses fette V-Hinten, das war's. So, ist das die ganze Idee dahinter? Ich meine, bei Chromarts, ich sehe nichts anderes. Ich war gar nicht so groß konzentriert. Chromarts musst du dir holen. Zu wild. Wie alle bei Chromarts eskalieren. Freunde, einfach, kann ich da einfach einen Pullover kaufen für 1000 Euro. Das wäre mein teuerster Pullover. Gibt es da noch? Das war's schon. Gibt es irgendwie bei neu eingetroffen noch was? What the fuck, Leute? Wie krass ist dieser Hoodie? Der ist ja mal gestört. Ich habe den schon mal in schwarz gesehen. Da waren diese Zahlen, diese klassischen von Mason Magella hinten. Gibt es auch noch ein L. Da waren die Zahlen hinten durch seinen Stoff durchgeleuchtet. Haben wir irgendwie gesehen beim Umstyling von Gucci Potter. Aber der ist ja mal gestört mit diesen Farben. Da brauche ich nicht lange überlegen. Ab in den Warenkorb damit. Das ist ja nicht mehr normal. Aber wie fett ist jetzt der Warenkorb? Krass. Nein, Max, bitte nimm was von Chromarts. Wir schauen gleich, was wir nehmen, Leute. Wir schauen gleich, was wir nehmen. Das fand ich früher nice, will ich jetzt aber nicht mehr. Aber das war's schon, oder? Der ist zu wild, Leute. Den muss ich nehmen. Aber ich kann nicht den und dann auch noch den Chromarts. Ja, sonst ist nichts mehr am Start. Sneaker haben wir alle durch. Accessoires. Leute, okay, schauen wir uns mal den Warenkorb an. 2.600 Euro macht es dann Spaß. Bro, Gönn, du hast zu hart gearbeitet, also Gönn, Chromarts. Ihr wollt den Chromarts, aber ich will diesen Mason Magella. Scheiß drauf, wisst ihr was? Ich gebe nur dieses Shirt raus, wir kaufen alles. Scheiß drauf. Ist doch egal, ist immer ein bisschen drüber. Scheiß drauf. Balenciaga-Chat sagt, Balenciaga muss raus. Passt, Balenciaga weg. Checkout. Here we go. Bestellung abgeschlossen. Ich kann es euch nur nicht zeigen, weil da mit, 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 weil Dings alles steht. Wie heißt das? Meine, meine Adresse. Wie viel haben wir da jetzt ausgegeben? 2.300 Euro. Und das in nicht mal 10 Minuten. 15 Minuten. What the heck? Ja, liebe Leute, das war's von dem Shopping-Stream. Welches Ding hat euch am besten gefallen? Welches hat euch nicht so gefallen? Was hätte ich mir vielleicht noch holen sollen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, den aktuell besten Black-Friday-Deal zu machen auf mambianna.com mit dem Friends & Family Hoodie, mit dem ich mich für den Support bedanken möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielleicht schon am Sonntag. Vielleicht gell ich mir aber auch ein bisschen Ruhe nach der anstrengenden Zeit. Auf jeden Fall in einem nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.